Herzlich Willkommen zu diesem Video. Ich bin woanders, die man ganz deutlich sieht. Und zwar bin ich in einem der Videostudios von Thomann. Neu gebaut, gab es vor einem Jahr noch nicht. Und es ist ziemlich fett, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Warum bin ich hier? Es gibt Cyberdeals bei Thomann. Also zu Black Friday und der ganzen Woche gibt es ganz viele supergeile Deals, die ich dir hier unbedingt vorstellen möchte, weil es sich eventuell extrem für dich lohnen könnte, gerade da zuzuschlagen. Und wir fangen an mit den besten Deals. Da haben wir zwei Tailor und eine Martin-Gitarre. Und ich nehme mal meinen schlauen Zettel hier. Die Tailors sind 34% reduziert. Die eine 34%, die andere sogar 38% reduziert. Also nur mal als Beispiel hier die eine, die 424CE Urban Ash. Das ist, glaube ich, die hier. 424CE. Ja, genau. Die kostet statt 3000 Euro, 2000 Euro. Die spiele ich euch jetzt einfach mal am Stück vor die Gitarren. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, diese Tailor 424CE Urban Ash. Und wir haben eine 424CE Urban Ash Limited LTD-WSB. Ne, das ist die hier. Und das ist die andere. Genau. Außerdem haben wir gleich noch eine Martin, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ich spiele die euch mal kurz an, dass ihr hört, wie die klingen. Das ist die andere. Das ist die erste. 424CE Limited. Dann haben wir die andere. Das ist das Schwestermodell von der. Und die klingt so. Übrigens wunderbar vom Thomann-Team. Bestimmt für mich. Sind Schwestermodelle, klingen komplett unterschiedlich. Natürlich könnte man die auch Fingerpicken. Übrigens, ihr hört die Gitarren über mein Sennheiser-Mikrofon auf der Kamera drauf. Also es ist jetzt nicht so ein krass teures Mikro vorne dran. Ungefähr so, wie sie klingen, wenn du vor jemandem, der sie spielt, im Raum stehst. Gut, das waren die zwei Tailors. Super krass vergünstigt. Und ich würde euch empfehlen, geht auf jeden Fall mal auf die Links, die ich euch unten reingemacht habe, denn es gibt über 1000 Deals zur Cyberweek bei Thomann. Bis zu 60% reduziert. Als nächstes haben wir eine Paul Reed Smith P20. Das ist, glaube ich, eine Parlor-Gitarre, wenn ich mich nicht irre. Die ist kleiner als normale Gitarren. Schön die Bird-Inlays hier und so. Fühlt sich gut an und klingt so. Ich spiele jetzt mal mit den Fingern. Ich spiele jetzt mal mit den Fingern. Ja, eine, wie gesagt, etwas kleinere Akustik-Gitarre, auch im Cyberweek-Sale. Weiter geht's. Und als nächstes haben wir hier diese Martin Road Series Special. Die klingt so. Die klingt so. Untertitelung des ZDF, 2020 Hält ewig den Ton Ist auch sehr leicht, die Gitarre Und ich sehe gerade hier unten, ist er total Gut im Blick, ein Tuner Den sieht man, wenn man direkt hier runter guckt Das ist eine coole Idee Könnten alle Akustik Gitarren haben So, dann gucke ich mal, ob ich die hier auf der Liste finde Wie viel die reduziert ist Martin Guitars Road Series Special 23% reduziert Statt 12,99 kostet die 998 Euro Und ja Auch eine wunderschöne Akustik Gitarre Also Akustik Gitaristen kommen voll auf die Kosten Bei der Thomann Cyber Week Und jetzt gehen wir aber weiter mal Mit E-Gitarren Apropos E-Gitarren, wir haben hier so ein Zwischending Und zwar ist das eine Lava Mi Müsste man so richtig aussprechen Das ist praktisch eigentlich eine Akustik Gitarre Mit einem krassen System drin Wo du praktisch alle möglichen Effekte abrufen kannst Es gibt tierisch viele YouTube Videos Die das Ding genau erklären Die ist auch im Sale Wollte ich euch nur nicht vorenthalten Kommen wir nun zu den E-Gitarren Da habe ich euch stellvertretend einfach drei Stück rausgesucht Mal kurz gucken, ob das Mikro noch aufnimmt Da habe ich euch stellvertretend drei Stück rausgesucht Wir fangen an mit der Mit schlauen Zettelfragen Fusion 3 HSH Roasted FCH Artikel Nummer 521166 Und zwar ist die reduziert um 25% Kostet statt 399 nur 299 Also 299 Clean Sound zuerst Übrigens spiele ich die ganze Zeit, was ihr nicht seht Weil es direkt hinter mir ist Einen wunderschönen SLO30 In Schlangenlederausführung Der leider nicht im Sale ist Musik Musik Bisschen funky vielleicht mal? Und jetzt mal mit Verzerrer, beziehungsweise mit dem verzerrten Channel des Soldanum. Bisschen funky vielleicht mal? Bisschen funky, beziehungsweise mit dem verzerrten Channel des Soldats. Bisschen funky, beziehungsweise mit dem verzerrten Channel des Soldats. Statt 199, 169, 15% reduziert. Aber eine ES-335-Style-Gitarre für diesen Preis ist halt schon echt krass. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Mal im rockigen Kontext. Das ist ganz schön viel Gitarre für 169 Euro. Und die Verarbeitung, muss ich sagen, mir ist jetzt nichts Negatives an beiden Gitarren aufgefallen. Ziemlich gut. Made in Indonesia, soweit ich das hier sehe. Als letztes haben wir hier eine Squire. Squire by Fender. Und das ist eine, muss ich wieder auf meinen schlauen Zettel gucken. Die Contemp Strat Special DPB. Die ist reduziert um 24% statt 259, 198 Euro. Modell. الله. Wenn ihr euch aufmerksam ist. Je könnte es jetzt mal dran sehen. Geist ein. Visst ein. Geist ein. Geist ein. Schnauze. Geist ein. 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 Musik 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 Sehr vielseite Gitarre, überraschend gut fühlt die sich an, Squire, also fühlt sich nicht an wie eine Squire, das hätte ich jetzt auch als USA Fender akzeptiert, bin ich ein bisschen begeistert von, ist jetzt nicht mein Typ von Gitarre, so rein von der Optik her, aber, wow, nicht übel, ja und alles in den Cyberdeals drin, also auf jeden Fall mal auf die Liste schauen, ich habe unten alles gelinkt, unten alle Infos zur Cyberbeat gelinkt und ja, wenn was dafür, wenn was, cut, wenn was für euch dabei ist, wäre es natürlich schlau, da zuzuschlagen, ich weiß, alle machen Black Friday, Cyberweek und es nervt und was weiß ich, ja, aber es ist halt billiger, was willst du machen, okay, deswegen bin ich auch hier, okay, das war's für dieses Video zu den Gitarren in der Cyberweek von Thomann 2023, 2023, es wird morgen ein weiteres Video geben zu Amps und Pedals und dann wird es noch ein weiteres Video geben, wo ich mal im Shop schon mal ein paar Angebote anteese, ja, dass ihr auch mal den Shop seht, ihr seht, für dieses Video war's das jetzt, ich kann euch nur empfehlen, seid schnell, denn viele von den Sachen sind nicht in unbegrenzter Stückzahl verfügbar, also beziehungsweise alle sind eigentlich nicht in unbegrenzter Stückzahl verfügbar, wenn weg, dann weg und Deal weg, das heißt, jetzt hier unten auf den Link klicken, wenn was für dich dabei ist, am besten direkt bestellen, sonst, wie gesagt, ist das Angebot abgelaufen und das kommt nicht wieder. Alles klar, das war's für dieses Video, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, freue ich mich sehr, wenn es dir nicht gefallen hat, gib mir zweimal den Daumen nach unten, Kanal abonnieren, Glöckchen drücken, nicht vergessen und schreib mir irgendwas in die Comments, was, ist egal, denn für den Algorithmus zählt alles, auch wenn ihr mir böse Kommentare schreibt, dass ich von Thoman bezahlt werde, was heute wahrscheinlich sogar stimmt. Egal, vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut, ciao. Egal, vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut, ciao.